Die wichtigsten Nachrichten des Tages jetzt für Sie übersichtlich zusammengefasst in unserem News-Update. In Wien wird heute über weitere Öffnungsschritte entschieden. Bürgermeister Michael Ludwig hat bisher noch offen gelassen, ob man die bundesweiten Lockerungen ab 19. Mai mittragen werde. Innenräume, etwa in der Gastronomie, könnten demnach noch länger geschlossen bleiben. Am Nachmittag möchte man bei einer Pressekonferenz informieren. Ab 19. Mai werden Besuche in Altersheimen wieder täglich möglich sein. Das bestätigt das Gesundheitsministerium gegenüber der Austria-Presseagentur. Sinkende Infektionszahlen und eine hohe Durchimpfungsrate in Seniorenheimen würden das möglich machen. Morgen, Freitag, laden der portugiesische Premierminister Antonio Costa und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen in Porto zu einem Sozialgipfel. Bereits im Vorfeld ließen neun Länder, darunter auch Österreich, wissen, dass man keine nationalen Kompetenzen an die EU abgeben werde. Konkret wehrt man sich etwa gegen europäische Mindestlöhne. Arbeitsminister Martin Kocher sprach sich gegen eine verpflichtende EU-Richtlinie aus. Um möglichst viele Menschen weltweit rasch einen Impfstoff gegen Corona anbieten zu können, sprechen sich die USA nun für die Aussetzung von Patenten für die Corona-Impfstoffe aus. Geistiges Eigentum gelte es zwar zu schützen, der Kampf gegen die Pandemie erfordere aber außerordentliche Schritte, so US-Handelsbeauftragte Catherine Tai. In der Salzburger Gemeinde Wals-Sietzenheim hat in der Nacht auf heute ein 51-jähriger Mann seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Mutter erschossen. Anschließend flüchtete er mit dem Auto und meldete sich noch in der Nacht bei der Polizei. Derzeit wird der Verdächtige von den Kriminalbeamten einvernommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017